Ich bin hier so weit. Geh auf sichere Distanz, gib mir ein Signal und dann spreng ich dir den Weg zum Laser frei. Ich glaube, wir können, wenn wir hier raus springen, wieder hoch. Ja. Hm. Ist wohl... Ich schaff's das nicht, ich kann nicht so hoch springen. Ich schaff's nicht. Hä? Du musst springen und dann musst du einfach leer passen und dann nochmal drücken? Gedrückt halten? Ja, ne. Ich spring nur so hoch. Hast du keine Luft mehr? Luft habe ich noch ein bisschen. Ja, guck mal, lass einfach hier runter jumpen. Hier ganz runter. Oh, nachladen. Ach Mensch, das Ding schießt ja auf. Diese Granaten, Alter, so stark. So, jetzt müssten wir eigentlich von hier... Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Ja, easy. Nicht so hoch. Ne, hier, wir müssen... Ach, hier. Weit genug entfernt? Super, dann los. Und eins. Und zwei. Und... Warte noch. Alter. Haha. Kein Dusch. Haha. Er muss sagen, es macht Laune, rücksichtslos, Zeug hoch zu jagen. Der Weg ist jetzt frei. Auf zum Laser. Wie kommen wir denn hin? Wo müssen wir müssen, eigentlich? Ich spring einfach mal. Vorsicht, Luftreserven. Du nicht angucken. Was nicht geschafft? Ne. Ich bin zu tief. Ich glaube, dafür gibt es einen Sprungwert. Schuss. Oder kann ich hier durch die Tür? Ja. Wäre auch zu schön gewesen. Oh ja, oder man macht so wie du. Was mache ich denn? Warum bin ich denn jetzt gerade gewesen? Hahaha. Oh, warte, 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 warte... Wir müssen noch ein bisschen in eine andere Ebene. Ja, hier oben, da wo die Rohre explodiert sind. Da wo du warst, war nicht falsch. Ja, aber da hieß es noch ein bisschen weiter runter. Ja, pass auf, ich zeig dir. Aber gerade rüber oder so, irgendwo. Ja, du musst da, genau. Und jetzt musst du hier hin, zu mir. Und jetzt müssen wir einfach nur hier runter. Und hier die Tür ist, yo. Nicht richtig gesehen. Tada. Dazu haben wir uns gestehen. Jo. Das hat mir für ne Flatter gereicht und nicht für ne Kugel. Naja. Kann jeder Witch sein. Dass du zur Kommando-Zentrale kommst, Sugar. Von Deutsch haltest du den Laser-Deck. Hey, ich muss die Loader testen. Also habe ich ein paar als Wartungspots getarnt. Ignorier sie einfach. Schau dir meine neue Waffe. Es geht über einen guten Verkauf. Dieser Jack, so heißt. Geil wär's ja, wenn wir hier reinkommen. Könnten. Das würd ich außen finden. Das würd ich außen finden. Oh, lol. Oh, lol. Oh, hier. Jeder ein und dann. Geht das ab. Das geht nicht, leider. Das wär geil gewesen. Das wär echt geil. Oh, lol. Hahaha. Ja, nicht sterben. Das zieht er mir vom Lohn ab. Wie abgeht. Jo. Hey, ich hab Ihnen das Wasserprogramm in die getarten Loader hochgeladen. Aktivier mal ein paar, um es zu testen. Wir haben Leute, die mit uns campen. Ist ja geil. Hab' ich ja gar nicht gefunden. Oh Gott. Sie, Ingenieure, die können einfach Schutzschilde machen, wo du nicht durchschießen kannst. Ist ja richtig homo. Wenn die denn nicht abhauen würden, sondern dass man die... Kämpfen kann. Fehlt doch immer noch... Äh, eine Sekunde bevor du sie tötest, äh, das siehst du tötet. Äh, guck mal. Ist doch mega krass. Aber das ist was, wenn du zu zweit spielst, geht ja noch. Wenn du alleine spielst und dann hast du das... Ok. Lege du die Haunda ab, dann ist du... Dann ist es richtig hart. Doch. Irgendwie müssen wir hier hoch. Ne, wir müssen... Wir müssen hier hoch. Wir müssen hier ein... Wir müssen hier ein... Wieso sagen... Was will ich sagen? Alter. Madlife. Einfach einspielen. Oh, das krieg ich dich hier schon. Bin auch gleich. Scheiß. Stern. Sein Ernst. Kein Ding. So die Level sind die. Alter. Zu wenigstens einmal zeigen können. War es ein Sniper? Ja, das war ein Sniper mit 226 Schaden. Krätzt, was du brauchst. Deine sein. Stärker. Das Maschinengewehr-Sniper-Ding, was ich habe, ist ein bisschen stärker. Okay. Macht Explosionen und Feuerschaden. So OP. Huch. Hier geht's runter. Bist du jetzt grad nicht sauber? Ne, ich bin grad runtergefahren. Abgeschlossen als Dahl im Andrücken. Gehe und aktiviere die Schnellreisstation, dann lass ich dich rein. Schnellreisestation ist an. Komm her, Jack. Sehr gut. Bin unterwegs. Jack's over. Hallo, Tee. Na, wie läuft's? Komm mit. Wir haben eine Welt zu retten. Du machst doch eh nicht so gut. Lack, Affe. Befeuert mal. Ich kann am besten. Was ist los? Was ist denn hier drin? Da ist das Auge der Helios. Die Wasseralarm. Der Kasten soll den Mond vernichten? Was treibt ihn an? Oh, schön nur. Na ja, das übliche eben. Das normale Zeug. Schalten wir's ab. Schalten wir's ab. Okay, im Laser ist ein Kernreaktor, der alles antreibt. Lock dich in das Kontrollsystem ein und versuche ihn von dort aus zu deaktivieren. Okay. Kannst du mich treffen? Ich glaube nicht. Nee. Aktiviert. 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 Systeme gesperrt. Sorpedon hat dich ausgesperrt. Dann musst du das Ding wohl auf die altmodische Art abschalten. Okay. Boom. 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 Du musst zum Laserkern runter und ihn manuell abschalten. Auge in Auge. Wie kommen wir dahin? Wir müssen auf jeden Fall wieder raus. Nicht schlecht. 23.000 XP. Als Belohnung. Warte. Nein, ich kann zu dir. Alles gut. I don't know. Willst du die Nebenquests noch machen? Leute, wie schnell war ich denn hier oben? Jo, durch das Ding. Äh, nö. Ich würde die Hauptkampagne weitermachen wollen. Ich würde gerne wissen, wie es endet. Mann. Hahaha. Aber wir haben Glück, dass wir zu zweit sind. Wenn du alleine bist, dann hättest du die Nebenquests machen müssen, um noch weiterzuleveln. Sonst würdest du hier einfach übel auf die, äh, übel auf die Fresse kriegen. Und wir haben halt übel die starken Special-Fähigkeiten. Jo. Dann haben wir uns angefangen. Was seid ihr als Headstand mit Ihr Medik Hug? Oh mein Gott. Ai minima Gott. Oh, geil, beschissen wir. Nein, der ist nicht für uns. Wir müssen irgendwie zu dem Pointer kommen, ist das wahrscheinlich? Yo. Vorsicht. Wir müssen hier erst aktivieren mit E. Alter. Reiß dich zusammen. Super. So. Jetzt muss ich mal kurz... Wir müssen... Ja, wir müssen irgendwie da durch. So. Oder da rüber, oder da rüber. Oder beides. Ja, oder wir benutzen einfach die Treppen hier, das geht auch. Wohl, ne. Ne? Ne, passt nicht. Hier. Naja, du musst hier... Warte, du musst hier die Treppen wieder? Achso, doch, die Treppen. Und dann kannst du hier auf das springen. Okay. Dann können wir hier hochlaufen. Okay. Glaube ich. Oder? Mist. Ah ne, Quatsch, aber dann können wir hier... Ja, genau. Jetzt kannst du eigentlich hier hinspringen. Mann! Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich komm da nicht hoch. Das ist ein zu vergessen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hast du irgendwie das Teil dafür ausgezogen? Kann das sein? Da bin ich jetzt eigentlich nicht so in Erinnerung, dass ich da irgendwie was ausgezogen hätte. Gibt's hier nicht. Aber jetzt reicht sogar nur ein normaler Spring. Wenn der hier hin stengst. Umlaufen Hm Dank für mich, dass das Richtige zurückgeht Hm Hm Keine Ahnung Ja Ja, wie sollen wir denn da durchkommen? Warte, wir sind richtig blöd Ähm, ich glaube Andere Seite mal probieren Warte, wir können aber glaube ich auch durch die Mitte oder so Sollen wir hier durchgehen? Ich glaube nicht, ja Ganz, ganz großes Kino Wir sind vielleicht mal blöd Oh Ah, Dummer tut schon weh, ne? Aber große Schmerzen gerade gehabt, ja Oh Dadurch geht's zum Auge Irgendwie geht mir das zu leicht Absperrung starten Kraftfeld aktivieren Oh, du bist echt schlimm Mox, hast du eine Idee? In der Nähe sollte ein Fusionsreaktor sein, der das Kraftfeld speist Wenn du ihn störst, dürfte das Feld zusammenbrechen Die Gutes sind wieder unsichtbar Äh 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 Um ihn zu deaktivieren Ach, du bist über mir Tja Na gut, ich konnte wenigstens kurzzeitig leben, um meine Dudes zu rufen Stellst du die selber her? Ich bin bei dir Autsch Den Club zufolge gibt's noch drei von den Babys Zwei brauchen nur einen sanften Klaps Dann kannst du zum Auge, um es abzuschalten von der verlaufen hier so lauter rum und wenn du die aktivierst, kämpfen die für uns cool hier die, wenn du die aktivierst wir können irgendwie hier durch hier 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 Alter, der explodiert einfach Alice. Was ist denn die Demis-Emex? Warte mal eben, wir beenden hier die Folge, bevor wir dann gleich in dem Megafall sind. Also haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau.